meine aktuelle mission oder meine wöchentliche mission ist es wort zu setzen und da ich glaube ich letzte woche meine last hit meine last hit nicht habe erreichen können was mich sehr ärgert weil ich ja eigentlich gerne carys spiele mit vielen last hits na ja doof gelaufen ich muss eben gucken welchen ich als support spieler visage damit ist das das wohnen 16 Verrückt 55% bei denen, ok Interessant So, dann wird das ein Visage Support Der Fiegel 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 Das klappt Ok, ok So, warum habe ich das letzte Warum hat meine letzte Besuche ungefähr ich weiß nicht eine minute gedauert und die jetzt fast drei ist doch total nervig wenn ich mal klar werde ich jedoch mal davon aus dass die neuen dann wieder gesucht haben und nur ein zehntag gefunden werden muss normalerweise außer sie möchten mich dann besser besser matchen das sein kann die körper zusammen gehörfelt war so ricky muss man da noch dazu sagen meist glauben die einem das nicht so und da ich wards platzieren muss möglichst viele ihr pick ... ... ... ... ... ... ... Dann noch. Naga. Au. Die Patch Notes muss ich mir noch angucken. Ich weiß gar nicht, haben die Ich habe schon eine Idee für mein Build. Wenn ich mir noch ein Necro hole. Necro Books. Ups. Hey. Dang. Da haben wir die falsche Taste gedrückt. Und der kauft einen direkt. Was soll denn das bitte? Da habe ich erstmal keine Ward. Dann muss ich aufpassen. Hm. So. Muss ich gucken, wenn ich... Ah, die haben Sky. Shhh. Beim Cluster. Okay. Bay Legion. Sollte auf jeden Fall schon mal gut ausgehen. So. Noch ein Familia? Dominator. Weiß nicht, ob ich Dominator... Dominator... Sie wird sich unsichtbar machen. Necro Book. Ist auf jeden Fall eine geile Idee. Three Familiars. Was? Two. Okay. Ähm. 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 30 Seconds to video games. 30 Seconds. Ähm. 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 Das ist ja dann nur für den Fall von Gangs. Jetzt schön vorsichtig blocken, nichts verrücktes versuchen, dann kriegen wir das auch eine ganze Weile hin. So. Ah, okay. Block war nicht der Beste, aber... Magnus. Oh ja, wenn der sein Empower macht. Dang it. Dang it. Dang it. Hallo? Dang it. Wow. Dang it. And the rod kicked us natürlich hin. Wow. Dang it. And the rod kicked us natürlich hin. No quarter. I'm under attack. Without. Okay. The shat spritz. Indeed. Hm. Oh. Das war nicht wie geplant. Verdammt. Das hat mich zwar Mana gekostet, aber ihn hat's die Regen gekostet. Ah, dang it. Dang. Das war's. Sorry. Okay. 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 Ich würde gerne dasselbe sagen, aber das ist jetzt ein bisschen schwieriger. 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 So. Ein bisschen was brauche ich auch. Vor allem. Kann ich mal den Stick reintun. Okay. 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 So. Ah. Pudge ist immer noch low. Muss ich aber aufpassen. Dass der mich hier nicht kriegt. Oh. Ich würde schon sagen, hoffentlich hockt er jetzt nicht. Fuck. Okay. Pudge ist da. Magnus ist... Wer war da? Das war's. Auf. Das war's. Ja. Ich bin. Oh. Ich bin zu. Oh. Oso. Ich bin zu. Hm? Ich bin. Ich bin zu. ich habe nicht hinbekommen bladefury ich dachte battlefury würde jetzt da gemarkt werden aber zum glück dann doch nicht ok ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe Parchfeld ich sehe ich sehe Parchfeld immer noch mit der in der her nicht der roam Dämpf in 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 ich Ich muss das zurück. Ops, ich müsste vielleicht... Oh, die Versöhnung der Wrapperon... Nope! Oh, ho, 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 ho! Dang it! Dang it! Ah, mein Problem... ... 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 Na komm schon So Wow 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 Dang it Hätte ich den droppen können, aber die waren zu wenig Leben um den Angriff von dem zu überleben Dang it Towers ist auf jeden Fall down 351 Mal hier So 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 I must Aha Guck Okay Okay Ah. 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 Ah, ich bin. schon bin ich denn hier meine familias sind überhaupt nicht mehr da keine familias mehr ah scheiße das war natürlich hätten wir jetzt auf einer anderen lane noch wen gehabt zum pushen ich muss echt gucken dass ich irgendwie meine familias da ich muss meine familias zum pushen rausschicken der tower hat nicht mehr viel jetzt ist aber chuck da draußen ok 4,6,5 ist ok der sky hat auch nur sich dings geholt schon mal dann Schmatch. Form it. Was ist das? Familiar? Ihr könnt mal da pushen. Wow. Shit, man. Ha, ha! Mein Gott, das ist irgendwie cool. Komm schon, Mann. Das ist irgendwie cool. So... Das ist nicht gerade einfach. Ja, das ist gut, dass ich die zur Seite geschickt habe. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hm? Soooom! Ja komm schon, Mann. Problem ist, gleich könnte ich Ärger bekommen. Ah, shit, Mann. Kann ich mit your hammer? Gott, dang it. Ich war zu sehr mit meinen Familias beschäftigt, das ist echt ekelhaft. Hm. Ah, shit, Mann. Nein. Schon mal. Na auf. Junge, Junge. Das Problem ist, ich muss das Spiel dann auch gewinnen. Das mit den Ward Placements hinzukriegen. Na, verdammte Axt. Okay. Okay. So... Und... Gott, dang it. Nope. 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 Nope, nope, nope... Jetzt kriege ich noch einen Wavecut hierhin. Woaaah Komm schon. oh oh blink 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 bliiiink mit purpose we know from radiance career how not to welcome the dark come shaman the main schools come shaman fuck come shaman das kann doch nicht sein dass der evasion brauche ich evasion nein ich brauche leben ne ion disk ist immer gut komm die sind alle da ja lech komm schon an hmm schon mal ha 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 ne mein gott das ist echt nicht das was ich mir ausgedacht hat dahin hm 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 Maga pk Keine Battlefury Keine cleave Was macht mir nichts? Hm Man, warum? ... ... ... das ist traurig das ist traurig wenn du eine gute relativ gute performance ablieferst was für mich sogar noch schlecht ist tatsächlich und dann einfach verlierst weil pa ist 46 12 46 12 legion ist 377 naga ist 5 11 8 nicht das profil ist 5 13 4 jung kann man nur